Hey meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SHIELDWALL. Das Spiel ist ja schon was länger da und das habe ich auch schon häufig gezockt und ich habe gerade absolut vergessen was ich machen wollte. Genau, wir brauchen erstmal Einheiten. So und da hinten sind schon welche am rushen. Ich muss erstmal klarkommen wie das hier alles funktioniert, das ist so lange her. Das ist die Map, das ist die Kampagne tatsächlich. Die greifen B an, vielleicht sollten wir mit denen attackieren, damit wir die auf jeden Fall, wobei ich glaube blau ist aber unparteiisch, ne. Die greifen uns insand, ne. Warte mal, wie kann ich? Da, geh, hold. Warte mal, wir stehen. Greifen die mich an? Nee, ok. Auf die drauf Leute. Oh fuck, die haben ja alle platt gemacht. Oh shit Leute, knapp drauf Jungs. Gib ihm, gib ihm Junge, gib ihm. Oh Leute, ich bin tot. Nein, das war doch nicht wahr, sei nicht schlecht. Ok, das mache ich nochmal. Wenn wir immer noch freuen. Also, auf geht's in die nächste Runde. So, direkt erstmal alle hier in den Angriff schicken. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz checken, greifen die uns an? Ne, gut. So, wir haben 300 Gold. Da können wir direkt mal gucken. Spearman. Respawn. Das sind natürlich 3 Sekunden, ne. Die machen natürlich schon ordentlich viel Cash in Attach. So, wir machen erstmal das hier. So, 100 haben wir noch. Kostet aber alles 200, ne. Scheiße. Ok, Jungs. Jo. Ah. Angriff, Jungs. Ja, Kniffel drauf. Ja, auf den dicken. Aua. Aua, aua, aua. Alter. Ja, komm mal. Fertig. Perfekt. Von hinten. Jo. Damit rechnet keiner. Ja. Ja, 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 ja. Richtig gut. Komm, Jungs. Wir nehmen Blau noch gut ein. Perfekt. So. Die Insel bekommen wir sehr wenig, also die Festung. Ich denke, wir gehen dann zu E und zu D. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so dumm. So. Jetzt ist die Frage. Was ist gut? Ich blick da nicht mehr so ganz durch. Ähm, entweder Wurfgeschosse oder halt die Spearman, ne. Die Spearman sind natürlich auch nicht schlecht. Aber dafür wollen wir... Na, komm, wir nehmen erst die. Aber jetzt hab ich zu wenig Kohle genommen, irgendwas. So, die Russian Wald... Ne. Scheiße, die müssen das verteidigen eigentlich, ne. Kacke, Leute. Das ist nicht gut. Wir müssen uns hier aufstellen. So. Schild nach vorne. Das sieht gut aus. Ah, die machen wieder Abstand. Zu viele Punkte. Na, komm schon, Junge. Knüppel drauf. Hau sie weg. Wo ist denn mein Leben eigentlich? Hilfe. Hilfe. Was passiert? Hier fliegt wieder alles übereinander. Scheiße. So, das Problem ist... Ich hab das Gefühl, dass wir gleich wahrscheinlich von hinten angegriffen werden. So, wir brauchen Defender. Äh, ne. Follow me. The limit is reached. Das ist natürlich belastend. So, wir haben sechs Verteidiger. Oh Gott. Man stirbt im Wasser. Das heißt, ich komm da gar nicht drüber. Lol. Wie komm ich denn da rüber? Da oben. Oh no. Die haben schon immer tausend Punkte. Das darf nie wahr sein. Hier ist eine kleine Brücke. Das ist eine kleine Pupsbrücke. Das Spiel gibt ja jetzt auch Multiplayer. Hä? Also, ähm. Falls ihr nichts verpassen wollt. Ähm. Eventuell kommt da mal ne Folge. Mit nem Kollegen. Dann bin ich noch mal abklären. Ähm. Über... Shit. Die sind da hinten schon hard on Russian. Ähm. Im Multiplayer. Bin ich mal gespannt. Falls ihr das nicht verpassen wollt. Dann könnt ihr gerne abonnieren. So. Wir sind... Wir sind bei zehn, ne? Ist das. Kacke. Ich bin so lahm. Oh. Das ist mega Stress. Nee. E ist das. Komm Leute. Schnell einnehmen. B haben wir wohl verteidigt. Oh. Um B... Um bis zu B zu kommen. Alter. Da muss man so einen weiten Weg laufen. Und die kommen halt alle paar Minuten die ganze Zeit. Oder paar Sekunden. So viel Stress einfach nur. So. Dann müssen wir da hinten die Festung einnehmen. Eigentlich über die Mitte hält. Der ist echt gut dabei. So. Wir nehmen mal die Sperre mit. So. Die Festung dann sieht da eigentlich leer aus. Ne? Wenn ich das so sehe. Ist hier jemand? Nee. Ist gar keiner. Was ist ja los? Sind die alle in der Festung? Lol. Und dahinten kommen noch welche angerannt. Haha. Geil. So. Da hinten machen wir die Tür zu. Das ist schon mal nicht schlimm. So. Limitless Reach. Ja. Das ist natürlich belastend. So. Was machen wir? Flag. Defend. Ne? Ist eigentlich ganz gut. Da. Wir brauchen einen Gatecrasher. Der gibt ordentlich 20%. Das macht schon viel aus. So. Da geht das Tor auf. Kommen sie da rausgekommen? Ne. Achso. Hm. Kommt Jungs. So. Wir haben wieder 200 Gold. Hä? Der kostet 250. Alter. 4.000 liegen. So. Ähm. Attack Speed ist eigentlich immer ganz gut. Gott, Leute. Knüppel drauf. Hau sie weg. Ja. Let's go. 2000. Nur noch. 1000. So. Hier könnten wir theoretisch aussuchen. Aber wir haben keine Punkte noch. So. Dann mal F. Glaube ich. Ein bisschen. Oder V. Kommt raus Jungs. Kommt raus. Ich hatte sonst auch immer einen Speer. Da komm schon Freunde. Wieso Traum? Die sind nicht. Okay. Angriff. Komm. Wir müssen das Tor verdienen haben. Oh shit. Ich brauche mehr Einheiten. Ich brauche viel mehr Einheiten. So Jungs. Wir müssen wieder rein. Ähm. Was machen wir da? Hornligonäre. Wir machen erstmal. Friendly Heil. Äh. Healing. Friendly Heilig. Haha. Friendly Heilig. So wir haben einen Punkt. So das gibt uns eigentlich hier 3% mehr Damage. Das ist erstmal nicht schlecht. So Bernd ist wieder dabei. Ne wie ist der? Doch Bernd. So. Okay da sind sie. Und. Drauf da. Komm Jungs. Kommt. Wo ist ein Blau? Eigentlich müssen die noch mit angreifen. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Oh shit Alter. Wie viele da schon wieder sind. Und. Ey. Unfassbar. Der Weg hier ist eigentlich kürzer ne. Oder? Wobei der tut sich nicht viel. Oh nein. Jetzt bin ich auch noch tot. Kann ich auch irgendwie meine Defender killen. Gibt das? Komm. Wir müssen da die ganze Zeit rein pressen. So wir haben wieder einen Punkt. Machen wir noch mehr Damage. Da haben sie wieder aufgebaut. Können wir das Tor eigentlich jetzt schon mal so ein bisschen was kaputt machen? Ne. So Jungs. Komm. Schmeiß ihn mit dem Sperrenkopf. Wir hatten nochmal die Möglichkeit. Oh. Tricksen. Oh. Spring. Nein. Er hat mich gekehlt. Ich sein ernst. Ich sein ernst. Als ob der mich jetzt gekehlt hat. Control Hierarchy. Ah. Oh nein. Ich kann nur die. Töten die hier bei mir in der Nähe sind. Ist so belastend. Oh. Ich komm nicht an die ran. Das kann nicht wahr sein. Da stehen sie schon wieder. Ja komm. Trau dich. Wir können doch nicht so viele Punkte machen. Die Punkte fahren. Das geht doch nicht. Kommt Jungs. Rein da. Zu mir. Komm. Wir müssen die nur neutral kriegen. Oh. Jetzt werden wir noch von oben angegriffen. Ja. Wir haben sie neutral. Ja. 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 Und auf den. Nein. Alle haben dann eben geschmissen. Ja. Okay. Da oben sind jetzt nur noch die. Die Spearman. Ja. Das kriegen wir hin. Achso. Ich dachte ich wäre tot. So. Wie kriegen wir den da oben weg. Wie kommen wir da hoch. Machen wir das Tor kaputt. Achso. Das sind wir. Haha. Stimmt ja. So. Wie komm ich da hoch. Das tricksen. Ah. Ah. X ist mein Spear. Boom. Mist daneben. Ach komm. Alter. Als ob ich den jetzt nicht treffe. Ja. Ja. Nein. Scheiße. Wie komm ich da hoch. Mann. Okay. Da steht einfach einer in der Ecke. Ob ich den jetzt so töten muss. Alle drunter. Der tüttet einen nach dem anderen von mir. Komm Jungs. Ach da geht's hoch. Jetzt seh ich das auch. So. Der hat keine Schnitte. Um. Hier. Komm weiter auf wie den Ruf. Können wir ihn wieder. Ja. 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 Perfekt. Elf Minuten. Zwanzig. Das geht aber schneller. Das geht deutlich schneller. Aber alter. Zum Schluss haben wir die richtig niedergemäht. Junge war das anstrengend. Aber. Das Spiel macht immer noch super viel Laune. Schreibt es gerne in die Kommentare was ihr vom Spiel behaltet. Wenn ihr es nicht kennt. Und falls ihr natürlich neu seid könnt ihr gerne abonnieren um mich zu unterstützen. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Ciao.